So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist schon wieder Zeit für ein Dankeschön-Video. Zwei Sachen, also zwei Päckchen. Und zwar habe ich leider, 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 leider ganz kurz vor Schottland noch was bekommen. Also wirklich ganz, ganz kurz. Und das war so kurz, dass es irgendwie ein wenig untergegangen ist. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich hatte es mir natürlich wohin gelegt, wo ich es nicht vergesse. Und deswegen kann ich dazu jetzt auch noch eben entsprechend ein Dankeschön-Video machen. Aber das ist wirklich im Reisestress und im darauf folgenden anderen Dingen, die dann akut und neu und wichtig gewesen sind, ein kleines bisschen untergegangen. Aber nicht vergessen worden. Aber manchmal geht es halt ein kleines bisschen länger. Ich bitte da, das zu verzeihen. So, und ich möchte aber mit dem aktuelleren Paketchen mal anfangen. Einfach, weil sie gerade steht. Und zwar handelt es sich mehr oder weniger um Brennmaterial. Mit auch einer dazugehörigen Idee, das doch mal in einem entsprechenden Video zu verwurschteln. Und das trifft sich ganz, ganz, ganz hervorragend. Weil ich hatte sowieso vor, eigentlich steht schon ein gepackter Rucksack oben. Und ich hatte auch schon mal angefangen mit dem entsprechenden Video. Aber das Gewitter, ein Gewitter ist mir dazwischen gekommen und hat mich dann wieder nach Hause getrieben. Weil bei Gewitter im Wald hocken, das ist halt wirklich nicht so sonderlich schlau. Das sollte man nach Möglichkeit doch eher sein lassen. Jedenfalls, was ich vorhatte, war ein großer Outdoor-Kocher-Vergleich. Wo ich mal sämtliche meine Kochutensilien einfach mal durchtesten wollte. Und mal schauen, was braucht es denn wie lange, um entsprechend Heißwasser herzustellen und so weiter und so fort. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Und auch generell einfach mal gucken, was ist denn überhaupt generell in der Lage, Heißwasser herzustellen. Und eignet sich denn überhaupt als Köcherching für den Outdoor-Bereich. Und was sind denn da so jetzt die optimalsten Dinge, die man da so vielleicht verwenden kann. Also das war der Plan. Und das ist jetzt natürlich optimal, dass zu diesem Plan sich jetzt auch noch eben der entsprechende Vorschlag für so einen Plan gesellt hat. In Form von Papier. Genau. Und hervorragend, der Hinweis ist auch noch der Faktor Umweltfreundlichkeit verschiedener Brennstoffe. Da gibt es ja durchaus Sachen, die da vielleicht eventuell ein bisschen grenzwertig sind. So, das zum allgemeinen Blabla und ich zeige euch mal, was ich bekommen habe. Also unter anderem so ein cooles Döschen. Sieht jetzt erstmal nicht besonders spektakulär aus. Gibt es auch für Marmelade, aber die ist aus Kunststoff. Auch wenn Kunststoff zwar theoretisch böse ist, sofern man ihn als Müll behandelt, ist er natürlich für so ein solches Döschen unglaublich praktisch. Weil die wiegt, glaube ich, gefühlt überhaupt nichts. Besagte Dose, das ist wieder Zeit für Bens klorreiche Briefwaage. Ich muss ihn leider hinstellen. Ah ja, ihr könnt sie noch im hintersten Bildwinkel erkennen. Und tatsächlich wiegt unser Döslein sage und schreibe 14 Gramm. Ja, also ich würde sagen, das ist ein gutes Leergewicht für so eine Dose. Wenn die aus Glas wäre, wäre das eine ganz andere Nummer. Das kann man da reinmachen. Ich habe spontan an Schuhcreme denken müssen. Das geht auf jeden Fall. Es gibt nämlich, habe ich das gerade hier irgendwo, ne, nicht ganz griffbereit. Es gibt da auch von Snowseal, also mein bevorzugtes Schuhwachs, das gibt es auch in so kleinen Döslein. Viel billiger ist es aber, wenn man große Packungen kauft. Dann müsste man es sich aber auf kleine Portionchen abfüllen, um es gescheit zum Tracking mitnehmen zu können. Und da bietet sich so ein Döslein ein. Natürlich kann man da noch diversen anderen Kram dran aufbewahren. Aber herzlichen Dank, das kann ich auf jeden Fall hervorragend gebrauchen. Und diese Döslein gibt es auch noch in ganz klein. Das ist natürlich ideal für ein bisschen Gewürz, ein bisschen Tabletten und so weiter. Man kann da nie wirklich genug von diesem Kram haben. Insbesondere da kulinarisch hochwertige Waldküche inzwischen ja ein Thema geworden ist bei mir. So, dann ganz, 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 ganz cool. Dieses Objekt hier zum ein bisschen umzündeln. Das ist natürlich auch irgendwie cool, ne? Firesteel am Kinspan-Block. Sehr, sehr, sehr cool. Ich würde jetzt den Kinspan nicht allzu schnell verbrauchen wollen. Ich würde dann entsprechend eher den Firesteel verbrauchen wollen, weil der ist relativ dick, wie man hier sehen kann. Während der Kinspan, ja gut, für ein bisschen Zunde abreiben reicht das ja auch ewig, ne? So ist das ja nicht. Also sehr, sehr cool. Gefällt mir durchaus. Ich weiß nicht, ob das selbst gemacht ist, könnte ich mir vorstellen, weil der ist hier so aufgeklebt. Vermutlich mit Heißkleber, da bin ich mir jetzt nicht ganz so einprozentig sicher. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe den noch gar nicht angerissen und werde das selbstverständlich mal schnell tun. Und da haben wir hier gerade ein kleines Opinel. Mein Nummer 7er ist es, glaube ich. Ah, Nummer 6er. Nummer 6er ist es sogar nur. Oh ja, das fliegt richtig schön durch den ganzen Keller. Habt ihr gesehen, oder? Oh, der ist ja hervorragend. Der macht ja richtig Feuerwerk. Uh, cool. Ja, vielen Dank. Der ist ja wirklich richtig gut. Nochmal. Oh ja, das fliegt drei Meter durch die Gegend gefühlt. Ja, 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 doch, 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 da werde ich Spaß haben. Ja, dann haben wir hier noch erstens noch eine zweite Dose. Muss ich jetzt nicht noch groß drauf eingehen. Und dann haben wir hier so kleine Flashing. Da sind teilweise welche drin mit Hülle und teilweise welche ohne Hülle. Und die haben alle gemeinsam, dass die so einen kleinen Tropfverschluss haben. Was natürlich genial ist für, ja, zum Beispiel, ne, Spiritus, kleine Mengen Spiritus oder irgendwie sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglich sein müsste, die Flaschen zu befüllen, indem man diesen hier macht. Ja, probieren wir kurz aus. Bin ich wieder. Also hier nochmal das kleine Flaschen. Hier nun ein mit ein ganz kleines bisschen Spiritus befülltes Becherchen. Oh ja, das funktioniert ganz wunderbar. Seht ihr? Und schon ist das Spiritus drin. So, jetzt sollte man theoretisch... Oh ja, klappt wunderbar. Und die Schärchen hier ist so gut wie leer. Also das funktioniert ja hervorragend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war zuerst ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen skeptisch. Hm, ob ich da überhaupt was reinkriege. Aber das ist natürlich genial. Das ist gerade so eine Ein-Trangia-Befüllung. So als kleines Mini-Flashing. So ein Portionchen. Das finde ich irgendwie cool. So gerade so zum in die Hosentasche stecken oder sonst irgendwie. Also wenn sie jetzt voll wäre, wohl gemerkt, das würde ja wirklich für einen Trangia, würde ich jetzt behaupten, für einen kleinen Kochvorgang würde das schon reichen. Sehr cool. Ja, vielleicht fällt mir noch was anderes ein, was ich mit diesen Flashing da mache. Es gibt auch noch so ganz kleine hier. Gleiches Prinzip. Äh, und die haben sogar einen Sicherheitsverschluss. Also Kindersicherung hier. Klingt man nicht aufgedreht, ohne drauf zu drücken. Also das ist sicherlich auch nicht dumm. Ne? Äh, wer weiß, wozu das mal noch gut ist. Sehr, sehr cool. Ja, also vielen herzlichen Dank. Es darf noch eine, das ist ja nochmal eine andere Größe. Cool. Also die gibt es in wirklich jede Menge verschiedenen Größen. Ich finde das sehr faszinierend. Ähm. Und wäre geneigt, begeistert zu sein. Hehe. So, und dann hast du mir noch ein Feuerzeug mitgeschickt. Dachte zuerst, ja gut, okay, Feuerzeug kann man immer brauchen. Kein Thema. Äh, immer gut. Aber, das ist kein Orthonormalverbraucherfeuerzeug. Nein, es ist ein Jetflame-Feuerzeug. Und das ist natürlich lustig. Und da müssen wir gleich mal kurz was anzünden. Ähm. Hi. Oh. Wenn der Ben was anzünden kann, ist er glücklich. Gibt noch andere Dinge, die ihn glücklich machen. Aber etwas anzünden zu können, gehört definitiv dazu. Hahaha. Wo ist meine Zündeldose? Hier ist meine Zündeldose. Nur für den Fall, dass ich das Ding irgendwo ablegen muss. Hahaha. Ja, während das hier brennt. Ah ja. Da ist nochmal, nochmal so eine kleine Flasche hier. Da haben wir jetzt dann aber, glaube ich, mehr oder weniger. Oh, ist aus. Die meisten davon gesehen. Ihr seht an dem Zustand meiner Zündeldose, dass da schon häufiger drauf und drin und auf der Unterseite oder sonst wie gezündelt wurde. Dafür ist sie da. Da befinden sich auch noch diverse Zünder und sonst was Materialien drin. Ähm. Doch. Sehr, sehr cool. Aha. Äh. Ja. Also doch, 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 doch. Äh. Ich hab, ich hab wohl, ich hab wohl auch irgendwo so ein Ding. Müsste ich jetzt aus meinen, äh, Feuerutensilien. Also mein Feuer, ne. Also ursprünglich war diese Kiste hier. Diese da. Mal erheblich weniger voll. Und jetzt stapelt sich das Zeug schon da drauf und das passt da gar nicht mehr alles rein. Also an Feuerutensilien ist da wirklich das eine oder andere zusammengekommen. Teilweise liegt es auch schon in der benachbarten Kiste. Da gehört das eigentlich gar nicht rein. Das ist die Licht, äh, Leuchtmittelkiste. Aber ich hab da einfach keinen Platz mehr in der Brennmaterialienkiste. Ich brauche eine neue, größere Brennmaterialienkiste. Gut, irgendwann werde ich sowieso jetzt hier mal mein Regal mal noch ein kleines bisschen umfunktionieren und umsortieren. Weil ich hab da hinten, äh, äh, diese Holzdinger da unter den Vorratsschränken, wo die Lebensmittel rumstehen. Ähm, da gibt es so einen Schrank, der hat so ganz viele kleine Schubblädchen und da könnte man sich auch super so irgendwelche Survival-Kleinteile oder sonst was auslagern, dass ich dann hier ins Regal mehr so die bisschen größeren Sachen mache. Und so ein ganzes Kleinkernzeug, die ich zum Beispiel auch hier in dieser Dose drin habe. Hier diverse Preppersticks, da noch diverses Zubehör für Preppersticks. So tolle, tolle Feuermachschnallen für Paracord-Armbänder, für Hutbänder, die obligatorischen Zunder-Tambons, äh, 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 hier Knopfkompass, äh, das obligatorische Wassertransportkondom, irgendwelche Super-Ultra-Freichhölzer, die überhaupt nicht Super-Ultra sind, aber amitag dessen, was sie quasi gekostet haben. Solche kleinen Kerzen, ja, allen möglichen Kleinkram, Utensilchen halt, Survival-Kleinkram nenne ich das. Da habe ich auch eine extra Abteilung hier, ähm, in meiner Wand, aber die wird auch voller und voller und deswegen muss ich mal langsam gucken, wie ich das löse. Gut, das hat aber nichts mit dem Dankeschön-Video zu tun. So, dann haben wir hier Red Tinder. Äh, ich will jetzt im Rahmen dieses Dankeschön-Videos das wirklich nicht ausprobieren. Das sind durchaus viele, also sechs Stück, und die sind wohl wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll, habe ich mir sagen lassen, weil ich hatte mal ein Video dazu gesehen, nämlich, ich glaube, vom Reini Rossmann war das. Ähm, und, 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 und gucke ich gerne, was der so seine Produktvorstellungen, äh, Vorstellungen macht halt, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Äh, auch wenn er jetzt mehr Abonnenten hat als ich. Ich habe den Tag kommen sehen, dass das der Moment sein wird, äh, der irgendwann kommt, äh, indem er mehr Abonnenten hat als ich. Böse! Böse! Nein, gar nicht. Ähm, ja. Und, 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 ähm, jedenfalls hat der, glaube ich, ich glaube, es war der Reini, äh, der das auch entsprechend vorgestellt hat. Und das Tolle bei denen ist, die kannst du quasi beim Brennen noch mit Wasser übergießen, deswegen Wet Tinder, und die gehen trotzdem nicht aus. Das ist also wirklich so ein idiotensicherer Feuerstarter. Die brennen wohl auch relativ lang. Weiß ich nicht. Müsst man jetzt noch ausprobieren. Und die große Frage ist jetzt, das hat ja auch, äh, der freundliche Schenker, darauf hingewiesen, ähm, wie umweltschädlich ist denn sowas? Und ich werde da noch ein bisschen rumrecherchieren. Ähm, Momentan steht hier nichts drauf, was einem weiterhilft, außer dass das aus Jacksonville kommt. Ultimate Survival Technologies, äh, und wie man es benutzen soll. Und Danger Flammable. Harmful or Fatal if Swallowed. Ja, das war's. Mehr Info haben wir hierzu nicht. Ich werde, wie gesagt, versuchen mal ein bisschen zu recherchieren, woraus die bestehen. Besonders gesund ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, dass man das nicht unverbrannt in den Wald schmeißen sollte, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Braucht man sowas? Weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren. Es ist auf jeden Fall zum Rumexperimentieren für mich. Mir eine große, große Freude, äh, das entsprechend jetzt zu haben und dann ein bisschen hantieren zu dürfen. Ähm, also wie du vermutlich schon vermutet hast, wenn man mir was zum Anzünden gibt, dann bin ich glücklich. Hahaha. Also das ist wirklich toll. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für den Wettzinder. Ne, wie gesagt, ich hatte nochmal zwei und nochmal zwei. Ich vermute schwer, dass man nicht einen ganzen Würfel für ein halbwegs wackerechtes Feuer brauchen würde. Aber falls doch, dann hätte man mit so einem Teil in der Hosentasche, im Rucksack oder sonst wo auf jeden Fall einen dabei so. Also als EDC-Feuerstarter. Mhhh. Weil gerade eben, äh, wann braucht man denn einen EDC-Feuerstarter, ne? Nicht, wenn man mal eben in den Wald geht, um sich einen Tee zu kochen. Da kann man Birkenrinde sammeln. Da kann man, wenn man ein Feuerzeug dabei hat, braucht man nicht mal Birkenrinde sammeln. Da kann man mit Kienspatt hantieren. Da kann man kleine, dünne, trockene Ästchen nehmen. Da kann man sich, äh, Holzspänchen zurechtschaben mit dem Messer und die dann anzünden. Oder man findet irgendwelches, äh, vertrocknetes Stroh oder sonstiges Pflanzenmaterial, das in irgendeiner Form brennbar ist. Ne, wenn man da wirklich Bock hat, ein Feuer zu machen, dann kann man auch suchen gehen und kann da auch was entsprechendes finden, wenn man dann Bock hat. Wenn man hingegen in irgendeinem Notfall ist, ne, dann wird man im Regelfall nicht unbedingt Bock haben, dann noch groß anfangen, eben entsprechend Sundermaterial zusammenzusuchen. Und, äh, der Notfall tritt eher nachts bei Regen und scheiß Wind ein, als dass der Notfall, und davon scheinen immer viele Leute auszugehen, wenn sie ihre Notfälle plären, äh, bei herrlich Sonnenschein und besten Bedingungen für ein Feuer eintritt, ne. Und wenn man dann tatsächlich versucht, es nachts bei Regen, äh, äh, und emotionalem Stress, äh, noch ein Feuer zu machen, ich glaube, dann wäre ich schon dankbar für so einen Würfel oder Vergleichbares. Ich hab ja noch ähnliche, äh, Substanzen auch in meiner, irgendwo hier lag sie, Zweifeldose, äh, drin. Nix, nix so krass großes, nix so krass gut, krass gutes. Ähm, ich würde trotzdem die Dose wahrscheinlich so lassen, wie sie ist, weil sie halt doch in ihren Ausmaßen, äh, möglichst kompakt bleiben soll, damit ich sie auch wirklich dabei habe, äh, wenn ich in den Wald rausgehe oder wenn ich einfach sonst wo unterwegs bin länger, dann schnapp ich mir ja schnell diese Dose, steck die ein und weiß, ich hab dann wenigstens ein bisschen Material, falls was sein sollte. Muss ich auch mal wieder warten. Ich glaube, ich hab zwar ein, zwei kleine Dinge entnommen, nix, was nur einmal drin wäre, sondern schon Sachen, die auch noch mehrfach vorhanden sind, aber trotzdem, regelmäßige Wartung tut Not. So, der Pin labert schon wieder. So, und dann haben wir hier noch das. Das ist eine Pappschachtel. Und was ist da drin? Was Brennbares. So, und zwar, äh, drei Bars von diesem Zeug. Fehlt ihr? Äh, und das nennt sich Ration Heating. Äh, Fuel Compressed Trioxan Ration Heating. Ne, ne, also Trioxane, äh, das müsste rein vom Namen her wahrscheinlich ein dreifach oxidiertes Zeug sein, das entsprechend viel Sauerstoff enthält und dementsprechend, äh, und auf Ahn endend ist es dann meistens ein Alkan. Sollte also theoretisch eine lange Kohlenwasserstoffkette mit jede Menge Sauerstoff entsprechend dran sein. beziehungsweise vielleicht nicht so lang, weil wenn da nur drei Sauerstoffe dranhängen, also jetzt nur rein vom Namen her, darf man das auf jeden Fall vermuten, wenn man sich mit der chemischen Nomenklatur ein bisschen auskennt, aber ich muss mich auch da noch ein bisschen, äh, schlau machen. Sollte jedenfalls dann ein nicht allzu langkettiges Alkan sein, was gut ist, je kürzer, desto brennbar, äh, desto schnell und einfach brennbar. Brennbar sind sie alle. Jeder Kohlenwasserstoff ist brennbar. Auch wir, wir sind auch Kohlenwasserstoff. Also zumindest ein Großteil von uns, ne. Und wenn man uns ins Feuer wirft, irgendwann flammen auch wir. Die Hexen unter uns ein bisschen früher, die Nicht-Hexen ein bisschen später. hat man ja im Mittelalter entsprechend rum experimentiert und da hochwissenschaftliche Suche angestellt, welche Person man ins Feuer schmeißen muss, äh, damit das Feuer besser brennt. Oder war das so? Ich glaube ungefähr so war das. Ähm, ja, ja, ich bin hoch gespannt, was die so tun. Und auch da, es sieht, äh, äh, es sieht wirklich nicht besonders gesund aus, ne. Äh, hochtaktisch, ne, kleine braune Beutelchen. Also super, super für den taktischen Gebrauch. Ähm, gesund ist das mit Sicherheit nicht. Gucken wir uns nochmal schnell die Warnhinweise an. Warning harmful if swallowed. Ja, also soll ich nicht schlucken. Und man soll wohl aufpassen, äh, weil hier drin könnte auch Pulver sein. Nicht nur ein Block von diesem Zeug. Das soll wohl auch in drei abbrechbare Teilchen geteilt sein, was hier drin ist. Man kann das auch so ein bisschen erfüllen, dass es da wohl irgendwie so, mehr oder weniger, so Abbruchkanten gibt. Bin mir nicht sicher. Werden wir dann sehen, wenn ich es entsprechend verwende in Zukunft. Naja, eins können wir mal aufmachen. Komm, da habe ich Knut von. Der Wettbinder, der ist mir zu wertvoll. Das hier, das hier weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ganz toll, aber, aber jetzt riskieren wir das einfach mal und machen das Spaß. Ich lasse es einfach mal auf. Was sich gar nicht so einfach gestaltet. Ich sehe hier keine, keine Perforierung. Vielleicht kann ich es ja trotzdem. Oh ja, das lässt sich problemlos auf. Oh, interessant. Problemlos aufreißen und tatsächlich ist das lila. Ja, gut. Nehmen wir. Ich nehme es mal vorsichtig raus. Wartet. Wirp. Da könnt ihr mal ein wenig buchen. Ich hoffe, hier steht nichts im Weg rum, was ihr nicht sehen dürft. Abgesehen von ein bisschen Chaos. Aha. Ja. Es ist lila, stinkt wie Sau. Und man soll eben aufpassen, dass man nicht so viel von dem Pulver, das hier möglicherweise drauf ist, verliert. Ja, man kann es hier sehen. Auf dem Tütchen hat sich auch so ein Belag von diesem Pulver gebildet. Das sollte also auch nicht in die Umwelt oder gegessen werden oder ins Essen gelangen oder sonst wie. Okay. Also dann habe ich das, hier steht zwar irgendwo, dass man, genau, man soll die auf ein Drittel, ein Drittel abbrechen und das dann wohl scheinbar anzünden. Aber es gibt keine, keine. Ah ja. Und vorsichtig sein mit dem Zeug, was man an den Händen hat. Hier klebt ein bisschen was. Das geht auch relativ schnell, dass man damit eben nicht an seine Nahrungsmittel rankommt oder sonst wie. Okay, ein Drittel wäre jetzt ein bisschen viel. Das ist auch gar nicht so einfach zu brechen, stelle ich fest. Okay, das war jetzt nur, das war jetzt glaube ich wenig genug. Ich wasche mir dann auch nachher brav die Pfoten. Ja, das bünden wir doch jetzt spaßeshalber einfach mal an. Und ja, das hast du mir netterweise auch dazu geschrieben, das brennt mit unsichtbarer Flamme. Also vielleicht für irgendwelche, also zumindest zum Teil brennt es mit unsichtbarer Flamme. Aha. Uh, das ist relativ fancy. Schmilzt nämlich, wie wir hier sehen können. Schmilzt, verteilt sich jetzt hier auf meiner Dose und brennt fröhlich vor sich hin. Und eben zum Teil mit sehr schlecht sichtbarer Flamme. Jetzt geht es natürlich ein bisschen besser. Jetzt ist es inzwischen etwas verunreinigt. Brutzelt fröhlich vor sich hin. Ja, durchaus krasses Zeug. Für so eine kleine Menge war das jetzt ein beeindruckendes Brandverhalten. Hm, ich bin gespannt. Ich bin hochgespannt, was man damit so alles, jetzt hängt die Kamera natürlich fest, was man damit so alles wird anstellen können. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also es ist ja gedacht zum Erhitzen der entsprechenden Ration. Steht drauf. Dafür sollte es also in irgendeiner Form funktionieren. Muss das nur irgendwie trocken dann in den Wald kriegen. Das Paketchen hier so, wie es jetzt ist. Ja, sehr interessant. Riecht auf jeden Fall auch nicht sehr gesund. Ne, ich will ja nicht daran rumnörgeln. Aber du hast es mir ja zum Experimentieren und Rumprobieren und so weiter und so fort geschickt. Und ich hoffe, das ist in deinem Sinne, wenn ich das dann auch nach bestem Wissen und Gewissen tue. Und wie gesagt, ich mache mich auch nochmal schlau gegen den Inhaltsstoffen für das entsprechende Video. So, steht hier noch etwas Interessantes. Ja, nur, dass man aufpassen soll, dass es nicht allzu sehr im Wind hängt. Weil, ne, ist halt nicht so effizient vom Rennvorgang. Und in drei, äh, den Bar, also den Riegel in drei Stücke brechen. So zwei Inches lang. Mhm. Und vorsichtig eben mit dem losen Pulver beim Igniten sein. Sonst kann das wohl in die Hose gehen. Ja, und davon habe ich dann noch einen. Und das wäre es gewesen. Und dann sage ich eben nochmal vielen herzlichen Dank eben für Päckchen Nummer eins. Und zu Päckchen Nummer zwei kommen wir gleich. Ich muss nur ganz schnell ein Päuschen machen. So, und dann das zweite Päckchen. Ist von derselben Person übrigens. Das hatte ich doch ganz vergessen dazu zu sagen. Ist natürlich auch nochmal vielleicht ganz wissenswert. Ähm, das besteht zum einen, also da sind im Wesentlichen drei Komponenten. Aber drei schöne, wohldurchdachte Komponenten. Nämlich, fangen wir mal mit dem kleinen Kram an. Einmal Knicklichterchen. Die kleinen. Da würde ich auch gerade mal eins knicken wollen. Ah. Schön. Und leuchten tut's. Ja, bei diesen kleinen Knicklichtern ist das immer nicht ganz so einfach, das Leuchten im gesamten Licht verteilt zu bekommen. Ah, jetzt. Oh. 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 So, jetzt. Ich steh auf die Teile. Insbesondere die kleinen sind lustig, weil man einfach Blödsinn mit anstellen kann. Kann man sich auch wunderbar an den Hut stecken und es dann markiert, damit man nachts im Wald nicht verloren geht beim Pinkeln oder wenn man ausrutscht beim Pinkeln und in ein Loch fällt. Und dann kann einen die Kameradin entsprechend wieder aus dem Loch herausziehen oder ähnliches. Also ich mag die. Ich finde die toll. Und das leuchtet auch wirklich relativ gut und da hat man ja immer was von. Die leuchten ja ein ganzes Weilchen. Das heißt, ich werde heute Abend noch Spaß haben. Es ist schon Abend. Es ist Viertel von neun an diesem vor sich hin leuchtenden Knicklichtlein. Das sind die kleinen Dinge, die den Ben glücklich machen. So, dann weißt du darauf hin, dass ich teilweise ja auch mal durchaus Blödsinn erzähle in meinen Videos. Und einen Fehler hat dich wohl größer gestört. Ich zitiere Opinel Explore. Mein Zitat. Der Haken. Den kann man nicht einzeln kaufen. Gemeint ist, Moment. Dieses Messer. Das habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal bei mir gesehen. Ich habe das gerne und häufig im Einsatz. In letzter Zeit renne ich mit dem Ranger Hood rum. Aber das ist auf jeden Fall auch ein schönes Messer, das man sehr gerne und häufig eben bei mir sehen kann. Und das hat neben der Tatsache, dass es eine entsprechend schöne Klinge hat, die auch schön scharf ist, weil Opinel und der Tatsache es einen Kunststoffkling hat und damit nicht die Opinel typischen Probleme hat. Das macht es noch das Special Feature. Das Special Feature, dass man hier eben dieses Teil da noch reinstecken kann. Wenn man das möchte, dann hat man hier was zum Schlüsselaufmesser irgendwo festhängen. Oder man hat hier noch so einen entsprechenden Schneidhaken hier. Also da ist scharf. Und damit kann man theoretisch zum Beispiel einen Anschneigurt durchschneiden. Und das Ganze wird fixiert eben von diesem roten Dingens. Und dann kann man das da entsprechend auf der einen oder anderen Position fixieren. So wäre es jetzt zum Beispiel fixiert. So, dieses rote Dingens, das ist halt eben entsprechend ein Fire-Stil. So, und mit dem bin ich bisher immer sehr vorsichtig umgegangen. Weil ich eben der Meinung war, man könne die gar nicht nachkaufen. Und wenn doch, dann nur sehr teuer. Also mich hat dann irgendwann die Info auch ereilt gehabt, dass die zwar nachkaufbar wären. Und das ist auch durchaus ein sehr guter Fire-Stil, wie man hier schön sehen kann. Trotz seiner Kürze macht der ordentlich Funken in Verbindung mit dem dazugehörigen Messer. Und das hätte ich jetzt normalerweise gar nicht gemacht, weil der ist ja heilig. Weil den kann man ja nicht nachkaufen. Der ist nur für Notfälle. Und wenn der alle ist, dann ist der alle. So, aber das ist hier der Gebrauchte. Man sieht die Gebrauchsspuren hoffentlich deutlich. Und was der liebe Schenker gefunden hat. Tada! Man kann ihn doch nachkaufen, inklusive entsprechender E-Mail-Adresse, wo man ihn entsprechend nachkaufen kann. Und das durchaus auch für kleines Geld und nicht für horrende Gebühren, wie sie Opinel selbst entsprechend verlangt. Und ich habe mir den Link selber noch nicht angeguckt. Deswegen weiß ich nicht, wie kleines Geld eigentlich genau, weil es ist ja auch ein Geschenk. Deswegen googelt einfach selber, wenn ihr jetzt wissen wollt, wo man so ein Ding kaufen kann. Ich werde mir den hier schön brav aufsparen, schön aufheben, schön verpackt in seinem Tütchen. Und habe dann tatsächlich einen Reserve-Opinel-Firestil für meinen Opinel-Explore. In dem Moment, wo ich den mal brauchen werde. Und das kommt entsprechend zu meinen Zunder-Utensilien. Oh nein, noch besser zu den Messer-Utensilien, glaube ich. Das passt noch besser. Und damit ist mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich gebe zu, dass ich offensichtlich im Unrecht war, was die Nicht-Nachkaufbarkeit dieses Feierstils entsprechend angeht. Ah, zündeln. Wenn man sonst keinen Spaß im Leben hat, dann kann man immerhin zündeln. Wobei ich zugegebenerweise derzeit sehr wohl auch noch andere... Egal, lassen wir das. Ähm, so. Und dann war da noch drin... So, jetzt muss ich leider gestehen, war ich schon wieder doof. Äh, der Inhalt dieser Tüte. Was steht da drauf? Da steht drauf, falls ihr es lesen konntet, ist gut. Victorinox, Zubehör, Gürtel, Prip mit Logo. So, und was ich euch jetzt in die Kamera halte, hat komischerweise kein Logo. Und das liegt daran, dass das meine Alternativtasche ist, die ich mal irgendwo ganz billig drangekommen bin. Die ist auch nicht besonders toll verarbeitet. Und die habe ich jetzt deswegen hier unten im Einsatz, weil ich euch zumindest mal zeigen wollte, wie das aussieht, was eigentlich in dem Päckchen drin gewesen ist. Ich habe es nämlich verlegt. Es ist mit Sicherheit irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht wo und habe gerade weder die Lust noch die Zeit auf große Suche aufzubrechen, um rauszufinden, wo genau ich das jetzt gerade hingelegt habe. Ich muss sagen, man merkt deutliche Unterschiede bei der Verarbeitung. Hier die Billigversion eben, ja, die fühlt sich schon ein bisschen billig an. Man kann die auch benutzen. Das ist in Ordnung. Also nicht die große Panik zu kommen. Ist auch von daher gut, weil hier ein großes Stück Klett eben entsprechend angebracht ist. Aber im Original natürlich alles genauso. Hier unten mit diesem Schnürchen ist ganz praktisch, wenn man es dann relativ schnell aufbekommt. So, und das ist eine Messertasche für, so wie ich das sehe, Victorinox-Messer dieses Formats. Das hier ist so ein ganz altes Bundeswehr-Taschenmesser. Und die passen da wunderbar rein. Ein Ranger Wood, das ist ja noch mal ein bisschen größer, weil das ja ein ausgekoppeltes Wenger-Messer ist, wo jetzt zwar Victorinox draufsteht, aber ursprünglich immer noch ein Wenger-Messer ist. Das passt da auch rein. Dann geht die Tasche aber eher so zu. Das macht aber überhaupt nichts. Funktioniert trotzdem und ist trotzdem eine wunderbare, oder so ungefähr, und ist trotzdem eine wunderbare Gürteltasche für dieses Messer. Und ich hatte die auch schon im Einsatz. Aber dann bin ich halt nach Schottland und nach Großbritannien darf man ja offiziell zumindest keine entsprechend großen feststehenden Messer mitnehmen, sondern nur so ganz kleine, wenn feststehende Messer hängen. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwierig. Und deswegen hatte ich nicht mein Ranger Wood dabei und hatte dann deswegen diese Tasche auch irgendwo hingelegt. Tja, und das ist auch schon die ganze Geschichte dazu. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal diese Tasche, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die andere Tasche aussieht. Also wie gesagt, hier ein großes Klett, hier dann entsprechend ungefähr so dick. Da passen also diverse Messer rein. Also so ziemlich sämtliche Victorinox-Messer. Victorinox-Messer größeren Formats. Ein fettes Opinel passt da jetzt natürlich nicht. Na ja, also nicht sinnvoll. Nicht sinnvoll passt da rein. Man könnte das dann so, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss ich niemandem sagen. Und hat hier hinten noch so einen entsprechenden Gürtelclip, den man hier oben aufmachen kann. Dann kann man ihn entsprechend verstellen oder ganz rausziehen, um das halt am Gürtel zu befestigen. Dann macht man ihn da wieder rein und macht ihn entsprechend wieder zu und dann hebt er an jedem Gürtel. Der Gürtel darf auch sehr breit sein. Ich schätze mal 6 cm oder so. Ja, so etwa 6 cm geschätzt. Also der BW-Koppel, den ich gerne trage, wenn ich gerade mal nicht eine, nicht mal ganz ausnahmsweise, wie zum Beispiel jetzt, tatsächlich einen Jeans an habe. Oh mein Gott, wenn er einen Jeans an. Der passt da problemlos durch und der funktioniert wunderbar und hebt auch ganz gut. Also ein tolles Messertischlein. Und da sage ich herzlichen Dank, sobald es wieder aufgetaucht ist. Nein, ich sage natürlich schon vorher herzlichen Dank, weil es ist ja da. Nur ich bin halt doof. Aber ich finde es mit Sicherheit wieder. Mein Keller und der Rest vom Haus verschluckt im Regelfall. Na ja doch, es ist schon vorgekommen. Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass ich das nochmal irgendwie wieder finde. Ja, also auch für dieses wunderbare Geschenkchen vielen herzlichen Dank. Und ich habe es ja schon in großen Teilen verstaut. Dann verstauen wir das hier auch gleich und das auch. Und das Knicklicht nehmen wir nachher mit, um durch das dunkle Treffenhaus den Weg nach oben zu leuchten. Sonst finde ich den nämlich nicht. Die restlichen Knicklichter kommen zu meinem Knicklichtvorrat. Auch schön, kann man nie genug haben. Und in diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank. Geht ja wieder an die gleiche Person. Und für alle anderen und natürlich auch dich, bis zum nächsten Mal.